Herzliches, aufgemuntert hat uns letzte Woche ja auch die Bild-Zeitung. Unser Kollege Schweitzer sammelt sie dann ein, hier, der sie mitgebracht hat. An dieser Seite von der Lautenschlager Straße, wo dann die Demonstration geht. Hier drüben, in der Lautenschlager Straße, wo die Demo dann in die Theo-Häus geht, zum Schlossplatz und zum Marktplatz. Und am Marktplatz sieht man dann weiter, nach dem Schadenstreik. Ich wollte euch noch was anderes sagen. Es sind heute zweimal so viele, da habe ich das letzte Mal. Also 4.000 mehr als sonst. Ich rede mich jetzt mit der FDP ab. Wenn wir allen in diese Lücke springen, die die FDP hinterlassen hat, können wir sie nicht füllen. Das läuft über. Und dann kassiert jeder dieses Wahlgeld, was die Parteien jetzt hier kriegen, für die abgegebenen Stimmen. Dann soll ich noch ausrichten, abgegebene Stimmen können nicht umgetauscht werden. Werden auch nicht zurückgenommen. Was man in der Urne drin ist, ist drin. 30. Neunter. Wir sehen uns hier möglichst zahlreich. Jeder von Ihnen, jede von Ihnen bringt irgendwie noch jemanden mit. Mobilisiert. Dass wir am 30. Neunten hier sind. Denn da ist noch zu viel unabgegolten. Noch hat sich niemand entschuldigt. Noch sind die politisch Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen. Noch gibt es keine Entschädigung. Nicht nur das. Einer derer, den es am schlimmsten getroffen hat, unser Freund Wagner, wird von der Kriminalpolizei überwacht, weil man annimmt, dass er nicht ganz blind ist. Das ist ein Skandal von der Kriminalpolizei. Deswegen, wenn wir stark sind am 30. Neunten, wenn wir stark sind und da sind, hier um 18 Uhr und dann anschließend im Schlosskappen, dann ist das wichtig für die Stadt. Ich danke euch, dass ihr da wart. Und jetzt will ich euch noch einmal, alle, die eine Fahne haben, wedelt mal tüchtig für ein schönes Foto. Ein wunderbares Bild. Sehr schön. Prima. Und genauso wedeln am 30. Ich danke euch, dass ihr Zeit genommen habt bei dieser Demo. Nimmst euch einen schönen Abend und keine zu großen Bauchschmerzen. Waren sind nicht alles. Demokratie sind ihr. Wer ist das Volk? Wir sind das Volk. Köpfchen zeigen. Horen bleiben. Wir sind das Volk und wir bleiben das Volk. Köpfchen zeigen. Horen bleiben. Und jetzt eine gute Demo. Tschüss. Halleluja.